Es ist 9.47 Uhr. Guten Morgen Kumpel! Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCats. Ja, wie schon unschwer zu erkennen war, geht es heute um ein Produkt unter anderem oder ganz speziell für die Apple Watch. Nämlich eine mobile Powerbank mit eingebautem Apple Watch Ladepuck und das finde ich mal richtig cool. Deswegen dachte ich, das schauen wir uns hier mal an. Das Ganze kommt von der Firma ShoeiTech und ihr seht schon, eine Powerbank, 5000 mAh Leistung, Modell T315, so heißt das schöne Stück. Und es funktioniert mit jeder Apple Watch Generation. Da hinten steht es nochmal drauf, Serie 1, 234 und die allererste Generation. Input haben wir hier 5 Volt 2 Ampere, USB Output 5 Volt 2,1 und der Output für das Apple Watch Ladegerät ist 5 Volt und 1 Ampere. So, ich habe hier schon mal gestrippt. Hier sehen wir, was alles in der Packung mit drin steckt. Wir haben einmal so eine ganz nette kleine Ladestation. Ihr seht schon, da ist ein Micro-USB-Anschluss mit eingebaut und hinten am Kabel haben wir einen ganz normalen USB-A-Anschluss. Dann finden wir einmal solche kleinen Gummistandfüße. Die kann man hier noch drunter kleben oder das sind vielleicht auch hier die Ersatzteile. Das könnten auch die Ersatzteile sein für hier oben, diesen kleinen Gummistandfuß und natürlich hier unsere Powerbank. Und ich habe die schon ausgiebig genutzt, Freunde. Ihr seht, wenn ich sie so in die Hand nehme, das ist eine recht kompakte Form, also zylindrig, kompakt. Das komplette Gehäuse ist aus Kunststoff. Wir haben hier vorne ein paar LEDs. Wenn ich da mal drauf drücke und die Powerbank aktiviere, sieht man dann den aktuellen Ladezustand. Vier LEDs, die anzeigen, wie voll das Ganze noch ist. Wenn ich hinten wieder den Knopf gedrückt halte, dann gehen die auch wieder aus. Die Anschlüsse sind einmal ganz normal USB-Anschluss und Micro-USB-Anschluss. Also der ist ja nur zum Aufladen und hiermit kann man auch ganz regulär andere Gerätschaften anschließen. Also man kann es auch als ganz normale, reguläre Powerbank nutzen. Und hier unten haben wir nochmal die ganzen Angaben, die ich euch eben schon vorgelesen habe. So, wie funktioniert das jetzt? Ihr seht schon, der Ladepuck, der ist, wow, der ist hier mit eingebaut. Ein absoluter Wahnsinn. Ich ziehe mal die Apple Watch aus und kann euch schon verraten, das funktioniert echt super. Bevor die Uhr geladen werden kann, muss man hier hinten auf der Rückseite den Knopf gedrückt halten. Dann gehen hier vorne die LEDs an. Erst dann ist hier das kabellose Laden aktiviert. Man kann die Apple Watch auflegen und es beginnt sofort der Ladevorgang. Und natürlich, ihr seht schon, das Ganze ist magnetisch, also die Uhr wird auch gehalten. Man könnte es oder man kann es auch sogar dann hier mal so hinstellen. Ein bisschen vorsichtig, aber das klappt. Und hier wird perfekt aufgeladen. Sehr schön, das funktioniert 1A. Wir hatten das Teil hier im Urlaub mit dabei. Ich habe meine Apple Watch dabei gehabt. Meine Freundin hat ihre Apple Watch dabei gehabt. Und ich habe gesagt, komm, wir lassen die ganzen Kabel mal zu Hause und probieren mal nur hier mit der Powerbank zu laden. Und das waren vier Tage, an denen wir weg waren. Und an diesen vier Tagen haben wir beide unsere Apple Watch nur hier mit der Powerbank geladen. Ein Pünktchen haben wir in dieser Zeit eingebüßt. Also, wenn man mal in Urlaub fährt, das können ruhig mal zwei Wochen sein. Da kann man die Apple Watch hier quasi zwei Wochen lang gut mit aufladen. Das sind meine Erfahrungen. Prima Sache. Und wenn man dann fertig ist, einfach die Uhr wieder runternehmen. Hinten das Knöpfchen nochmal drücken, dass die Lichter ausgehen. Und dann ist das Wireless Charging hier auch wieder deaktiviert. Wenn ich sie jetzt auflege, dann passiert mal gerade gar nichts. So, das ist also das Produkt, Freunde. Ich finde es richtig toll. Also, wer eine kleinere Powerbank will, mit der man auf Reisen hier die Apple Watch aufladen kann und auch gleichzeitig zum Beispiel das iPhone aufladen kann, das ist das Teil für euch, Freunde. So funktioniert es nämlich. Hier das iPhone aufladen über den USB-Anschluss, die Apple Watch hier über das Wireless Charging. Tolles Gesamtpaket. Und man kann natürlich ein ganz normales Micro-USB-Kabel hier anschließend zum Aufladen. Ganz klar. Oder wenn man es zu Hause stehen hat, kann man eben hier die Ladestation benutzen und dann hier die Powerbank reinstellen. Klappt auch. 1A. Ist ja eigentlich nur ein fest verbauter Micro-USB-Anschluss. Also, Powerbank holen, reinstellen und fertig ist das und lädt dann wieder auf. Und das hält gut und vor allem, das ist nicht irgendwie so, dass man hier groß rumfummeln muss, wenn man es reinstellt. Nö, das trifft jedes Mal ganz wunderbar. Einfach holen, reinstellen, klein bisschen drücken, passt, lädt. Tolles Produkt, also ich finde es echt, echt klasse. Dieses Jahr geht es für uns noch nach Amerika, 15 Tage Rundreise und dann ist das Teil hier auf jeden Fall mit am Start. Das kann ich jetzt schon mal sagen, damit wir immer genug Saft hier für unsere Apple Watches dann auch unterwegs haben. So, das wäre es gewesen, Freunde. Ein sehr gutes Produkt. Ich kann es euch echt empfehlen, wenn ihr eben das Einsatzgebiet hier habt, dass ihr ein Gerät oder wie gesagt auch beide Geräte hier aufladen wollt unterwegs. Den Kauflink, den packe ich euch hier unten in meine Videobeschreibung unter dem YouTube-Video. Preis, na, da ist der kleine Knackpunkt, 48, 49 Euro. Also nicht ganz so billig, aber ich habe bisher noch kein anderes Produkt gesehen, das mir diese Funktionalität hier bietet. Wenn ihr schon was gesehen habt, was genauso funktioniert, dann schreibt es mir auch gerne mal in die Videokommentare rein. Schaue ich mir dann auch sehr gerne mal an. Aber ich finde es echt gut, das Produkt hier von Showytek. Schönes Ding, von mir gibt es einen Daumen hoch dafür. Und das wäre es auch schon gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer MiAppleCat. Macht's gut.